Hallo YouTube und willkommen zu einem weiteren Technik-Faultier-Video oder einem Video hier im Faultierland-Kanal. Je nachdem, wo ich den zweiten Teil der BB-8-Reihe hochgeladen habe. Ich bin als erstes hingegangen, habe mir den App-Store geschnappt, habe einfach nach BB-8 gesucht und dann findet man direkt die App bei Spiro. Die wird hergestellt von Orbotix Inc., was auch immer sich dahinter verbirgt. 214 MB, zumindest für iOS. Für Android habe ich es noch nicht geladen, werde ich aber noch. Und während die App dann runtergeladen hat, bin ich hingegangen und habe die Docking-Station, einen ganz normalen USB-Port, angeschlossen und habe dann BB-8 draufgestellt. Der ist erst mal amok gelaufen und hat sich so fünf Minuten lustig rumrotiert. Mal gucken, ob er es gleich noch macht. Mir fällt gerade auf, das Ding wird ziemlich warm. Das Teil wird ja per Induktion geladen und wir packen ihn einfach nochmal drauf. Und nein, diesmal macht er es nicht. Jetzt blinkt er nur. Eben hat der komplett geleuchtet. Das sah sehr, sehr, sehr cool aus. Da habe ich mir schon gedacht, das kann man auch als, naja, was soll man sagen, als Nachtlicht benutzen. Was ich noch nicht rausgefunden habe. Hier war doch irgendwo ein Knopf an der Seite. Drücken wir den mal. Uh, genau. Jetzt zieht der hier wieder seine Blinkshow ab und flackert erstmal eine Runde. Und jetzt guckt euch das mal an, wie der hier leuchtet. Das sieht schon ziemlich, ziemlich cool aus. Auch wenn ich jetzt keine Ahnung habe, was dieser Knopf macht. So, jetzt, ah, jetzt guckt, jetzt macht er hier wieder seine Disco-Nummer. Warum auch immer. Das hat er eben mit voller Begeisterung auch schon die ganze Zeit gemacht. Ich gehe einfach mal davon aus, der justiert sich jetzt irgendwie neu. Versucht seinen Kopf zu, naja, beziehungsweise die Magneten und was da nicht alles im Inneren sich verbirgt. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall mal hin und starten einfach mal die App und lassen BB-8 einfach mal weiter rödeln. Ich glaube ja, also ich habe keine Ahnung, wie Sie sie im Deutschen nennen werden, aber BB-8 wäre so mein Tipp als Name. Gibt ein Alter an, um fortfahren zu können, na, wer hier wieder an der Übersetzung geschrieben hat. Im nächsten Schritt, durch die Auswahl zu akzeptieren, ich stimme den folgenden Nutzungsbedingungen und Datenschutzerklärungen. Ja, was denn? Also mal ganz ehrlich, also das ist ja mal, das ist ja, 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 das ist doch keine Übersetzung mehr, das ist doch Käse. So, jetzt kann ich eine E-Mail-Adresse eingeben, um Updates zu erhalten und Angebote. Ja, von wegen, das x-e ich jetzt einfach mal weg. Ah, jetzt kriege ich hier, da, 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 da. Jetzt muss ich mal gucken. Also hier machen wir direkt mal den Ton aus, sonst gehen hier wieder überall sämtliche Alarmglocken bei YouTube an. So, halte dein Gerät in die Nähe von Baby 8. Ah, es doodelt immer noch Ton im Hintergrund. So, ich halte es auf jeden Fall in die, also noch näher kann ich es ja kaum noch halten. Ja, Batterie, hin und her. Gibt es immer noch Doodl-Musik? Ja. Nein, jetzt gibt es aber keine Star-Wars-Musik mehr, jetzt gibt es Bibibibibibib. Naja, ihr hört es halt. Irgendwelche lustigen Geräusche, was auch immer. So, ich halte mein Gerät immer noch in die Nähe. Ah, jetzt verbindet er sich. Das hat doch jetzt ziemlich lange gedauert. Aha, aber der Kreis braucht jetzt nicht wirklich. Was gibt es jetzt? Ein Firmware-Update. Naja, gut, da sind wir ja inzwischen von allen möglichen Produkten gewöhnt, dass man die erstmal updaten muss. Wird natürlich jetzt nett animiert, warum ich jetzt ein, zwei Prozent ruckzuck ging und jetzt muss man erstmal warten. Naja, ich muss aber sagen, Baby 8 hat sich jetzt langsam wieder eingefangen und leuchtet zwar immer noch. Also ganz ehrlich, allein dieses Leuchten, da würde ich mir ja fast wünschen, dass man das wirklich kontrollieren könnte. Den dann in der Docking-Station einfach auch als Lampe benutzen kann oder vielleicht als Notification-Teil. Das wäre auch mal was. Dann fängt der an zu leuchten. Je nachdem, vielleicht noch in unterschiedlichen Farben. Je nachdem, ob eine SMS reinkommt, WhatsApp oder was auch immer. Das wäre doch mal auch ein cooles Feature. Nur mal so am Rande. So, auf jeden Fall, ich sehe schon, das dauert jetzt erstmal. Das heißt, ich mache jetzt einen Schnitt, bis das Update durchgelaufen ist. Nach einer etwas längeren Unterbrechung habe ich es jetzt endlich geschafft. Mit dem iPhone konnte ich dieses Update für Baby 8 überhaupt nicht machen. Ich habe alles Mögliche versucht. Erst nachdem ich die App mit dem iPad runtergeladen habe, da hat es direkt auf Anhieb geklappt. Also das ist absolut nicht ausgereift. In dem App Store bei Apple gibt es auch unzählige Bewertungen, wo Leute genau schreiben, sie können bis 5, 6, 7 Prozent updaten und dann bricht die App ab. Ich habe alles Mögliche gemacht. Ich habe die App wieder installiert, runtergeschmissen. Ich habe das iPhone immer wieder neu gestartet. Es hat einfach nicht geklappt. Und hätte ich jetzt nicht ein anderes Gerät gehabt, was weiß ich, ein anderes Tablet, auch ein Android-Gerät oder was auch immer, hätte ich jetzt gestern Abend Baby 8 überhaupt nicht in Gang gekriegt. Und das finde ich sehr schade. Also ich bin, kann ich auch jetzt ja sagen, ich habe gestern Abend direkt auch ein bisschen damit rumgespielt. Und wie oft die App, sowohl auf dem iPad als auch auf dem iPhone, immer wieder abgestürzt ist, das ist Murks. Oder wie oft das Ding die Verbindung verliert. Naja, also ich bin, meine Begeisterung hält sich gerade sehr in Grenzen. Es gibt aber, es sind aber mehrere Gründe. So, wenn man dann Baby 8 hier in seine Ladestation steckt, so, dann fängt er immer wieder an zu leuchten und zu rödeln. So, und wenn man dann die App einmal gestartet hat, wir lassen es einmal kurz rödeln. Die App dauert immer. Ja, jedes Mal, wenn ich die App starte, dann dauert dieses Initialisieren, dann kommt die Verbindung und das dauert. So, und wenn die App dann eingerichtet ist, also nach diesem Update von gestern oder diesem Firmware-Update, was dann kam, landet man genau in diesem Menü und bekommt folgende Auswahlmöglichkeiten. Fahren, die Nachricht aufnehmen, Patrouille, was, wo ich dachte, wird ziemlich cool sein, wenn er die ganze Zeit rumfährt und rumpiept und so. Naja, das, ja, danke, danke. Okay, und hier seht ihr mal wieder diesen Käse und da denkt man, lalalala und auf einmal stürzt die App wieder ab. So, und dann startet man die App wieder, man bekommt wieder dieses Video. Gut, da kann man drauf tippen und es überspringen, aber spätestens hier diese Animation, Verbindung und das ist jedes Mal, wenn ich Baby 8 benutzen möchte. So, und jetzt fahren wir einfach mal damit eine Runde. So, und das hier, das ist jetzt wieder der Teil, der richtig cool ist. Wenn das Kerlchen dann sich austariert oder rumleuchtet und rumschwankt, das ist natürlich süß und knuddelig. So, und jetzt gibt es dieses, naja, wie soll man es sagen, es gibt da irgendwo hier, da kommt ein blaues Licht. So, und dieses blaue Licht, da, 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 das müsst ihr immer so justieren, dass es auf euch zeigt. Also, dass ihr immer hinter Baby 8 seid, das ist sozusagen die Kalibrierung und dann funktionieren auch die Kommandos. Dann weiß Baby 8, so, jetzt haben wir das Lichtchen auf dem, naja, jetzt dreht er, warum drehst du dich jetzt schon wieder? Komm mal her, so, dreh, 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 bis hier hin. So, und jetzt können wir ihn eigentlich fahren lassen und jetzt wieder zurück. Jetzt dreht er sich wieder, kommt zurück und das ist schon cool. Gut, hier auf dem Tisch, der ist jetzt extrem glatt. Ähm, da funkt es, also auf, ich sag mal, auf Teppichboden funktioniert das um einiges besser, als auf so, ähm, naja, auf so einem Lacktisch. Und das ist schon ziemlich cool, wenn man den dann, naja, ihr seht es, nach links und jetzt dreht er zurück. Und vor allem das dreht, nein, nicht vom Tisch fallen. Boah, ja. Gut, er hat jetzt hier gerade ein bisschen wenig Platz. Aber, das sieht extremst knuffig aus. Das ist schon cool, das macht schon Spaß, dieses kleine Kerlchen rumflitzen zu sehen. Und, ganz ehrlich, der wird kein Jar Jar Binks. Der wird richtig, richtig süßknuddelig. Allein, wenn der hier mit diesen Kopfanimationen. Und man denkt immer, der guckt einen dann an. Gut, der weiß ja immer justiert durch das Blinklicht, in welche Richtung derjenige mit dem, der ihn steuert, steht. Und deswegen ist es clever gemacht, dass man immer den Eindruck hat, ne, der guckt einen dann immer wieder an oder sowas. Aber, hier sind, wie gesagt, keine Kameras drin. Das ist alles nur gespielt. Und was ziemlich schade ist, die ganzen Piepgeräusche, wenn man den dann auch im Trailer sieht und hört, ne, wenn er dann hier, ne, die kommen leider nicht von dem Teil, sondern die kommen aus dem Smartphone. Und das ist auch noch eine Sache. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, das wäre viel cooler gewesen, wenn der dann selber rumpiept. Gut, das ist dieser Modus, den ich jetzt ausprobiert habe. Dann kann man aber noch andere Sachen mit ihm machen. Nicht fahren. Die Nachrichtnummer, das ist, walalalala. Boah, wenn ich hier mal keine Probleme mit Musik kriege, die hier eingeblendet wird. Ähm, sondern, was ich als zweites cooles Feature gedacht habe, man schickt ihn auf Patrouille. Also, das kleine Kerlchen läuft selbstständig rum. Dann kriege ich hier immer lustige Informationen, wie schnell er gerade flitzt, wie viel er schon zurückgeflitzt ist. Und Pi mal Saum, boah, seine Strecke. Entschuldigung. Also, ihr seht, dann geht der auch schon ziemlich ab, bis er auf ein Hindernis trifft. Und dann rollt er halt irgendwie zufällig wieder zurück. Das ist schon nett mit anzusehen, dass man dann hier auch sieht, wohin kommt er. So, und jetzt, wenn er dann, beiß mir bisher auch aufgefallen ist, er hat sich viel zu oft in Ecken, naja, was soll man sagen, aufgehangen. Das ist eher ein Zufall, wo er dann wirklich hinflitzt. Jetzt bleibt er mal vor der Kamera. Na, ja, und das passiert auch ziemlich oft. Gerade wenn er irgendwo gegenfliegt oder rollt, verliert er dann durch den Aufprall immer mal wieder seinen Kopf. Gut, das ist ja natürlich als nochmal der erste Eindruck. Das ist natürlich dann wieder auch ziemlich cool. Aber das auf der anderen Seite, ne, die Töne, die er dann macht, die Laute, Bombs, die kommen halt dann aus dem Smartphone. Und das ist, na, was soll man sagen, unbefriedigend. Denn, wenn ich jetzt aus der App rausgehe, ne, boing, dann gibt's keine Töne mehr. So, das ist natürlich total blöd. Und das Zweite, was total blöd ist, irgendwie hört er dann auf mit seinen Patrouillenfahrten. Bedeutet, die App muss permanent laufen anscheinend, ne. Dann schaltet er sich ab. Jetzt kommt die Aufwachanimation. Jetzt leuchtet er wieder. Das ist ziemlich cool. Da hätte ich gedacht, damit kann man viel, viel, viel mehr coole Sachen machen. Und, na ja, jetzt sind wir wieder, jetzt ist er halt nicht mehr im Patrouillenmodus. Bedeutet, wenn ich mein Smartphone nutzen möchte, um BB-8 zu kontrollieren, kann das Smartphone nichts anderes mehr machen. Bedeutet, BB-8 ist dann eigentlich eher etwas, was man mit seinem Zweitgerät startet, kontrolliert. Wo man ihn denn dann mit flitzen lässt. Also, ich sag mal so, naja, was ich halt cool fänden würde, man sitzt irgendwo, macht irgendwas, hat eine Arena abgesteckt auf dem Schreibtisch oder irgend sowas. Oder im Zimmer oder sowas. Und dann lässt man einfach BB-8 mal eine Runde frei drehen und rumlaufen. Aber, wie gesagt, dann kann man halt das Gerät, über den man ihn steuert, nicht mehr nutzen. Das ist ein bisschen murksig. So, und ich glaube, ich habe gestern, weil ich es tausendmal gemacht habe, auch rausgefunden, nachher zum Laden. Einfach draufstecken, fängt an zu leuchten und BB-8 wird geladen. Wird um die ein bisschen warm, hatten wir ja schon. Und ich glaube, ich habe rausgefunden, was dieser Knopf ist. Habe ich nirgendwo dokumentiert gefunden. Der startet BB-8 dann einfach nochmal neu. Der schaltet den aus, startet ihn wieder neu. Das ist eine coole Animation, da hätte ich auch mir gewünscht, dass man damit irgendwas machen kann. Und wenn es nur in der App eine Fernbedienung ist, wie BB-8 selbst in der Dockingstation leuchtet oder sowas. Das wäre mal, das wäre was Cooles. Aber, naja, so startet er halt nur neu, justiert sich dann einmal und das war's. Also das war jetzt hier die Einrichtung von BB-8. Wie gesagt, wenn immer wieder das bei euch abstürzt, nicht verzagen. Schnappt euch ein anderes Smartphone, ein anderes Tablet oder leitet es euch bei Familie, Freunden, Verwandten. Die müssen dann mal kurz kommen, sich die 200, über 200 MB große App runterladen, den für euch einrichten, das Update machen. Und wenn er dann einmal das Update gemacht hat, naja, dann funktioniert das auch wieder auf dem Gerät, von dem das Update nicht geklappt hat. Damit kann man es dann auch steuern, aber die App stürzt halt doch immer wieder ab. Und ich bin sehr froh, dass die App gerade, dass ich einen Absturz richtig schön direkt auf Kamera gebannt habe. Das soll es gewesen sein. Ich werde jetzt natürlich weiter mit BB-8 rumspielen, aber ganz ehrlich, für 170 Euro Originalpreis wäre ich jetzt, glaube ich, schon mal, naja. Er ist süß und knuddelig, aber reicht süß und knuddelig, das werde ich erst die nächsten Tage rausfinden. Vielen Dank fürs Zugucken, macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!